SAP Rollout nach China. André, wie machen wir das? Seit wann machen wir das? Gute Frage. Es ist eine ganz wichtige Frage auch für viele Unternehmen, die wir bisher begleitet haben zum Rollout nach China oder mit dem Rollout nach China. Seit 2006 begleiten wir unsere Kunden, die in China entweder produzieren oder eine Sales Niederlassung haben. Wie machen wir das vom Vorgehen, die Lokalisierung? Haben wir da bestimmte Add-ons auch vielleicht? Ganz wichtig ist natürlich die Lokalisierung. Du hast gerade angesprochen, Lokalisierung in China heißt, was sind die Country Specifics, will ich es mal nennen. Welche Prozesse müssen wir gemäß chinesischen Regularien anpassen im Bereich Finance, im Bereich Logistik. Und da haben wir, du hast schon erwähnt, Add-ons, zum Beispiel unser Orbis Chinese Reporting Package, eine Solution out of the box, die wir einspielen können und mit der wir allen chinesischen Regularien, was Monatsabschlüsse, Jahresabschlüsse angeht, entsprechen. Es gibt andere Add-ons im Bereich E-Banking und das ist auch ein ganz wichtiges Thema für unsere Kunden. Bidirektionaler Transfer von Incoming Outgoing Payments mit chinesischen Banken. Okay. Hauptansprechpartner André Bohe, kommen Sie auf uns zu. Wir sehen uns.